Hier, nimm deine Dinger, sonst heulst du wieder. Nein! Och Mann, das kann doch nicht wahr sein. Belebst du mich bitte wieder? Das kann doch nicht wahr sein, dass wir hier den Block jetzt nicht kriegen. Ich will den Block haben. Ich will den Bonus-Gegenstand. Oh Mann, oh, warum kriegen wir den Bonus-Gegenstand jetzt nicht? Schweinerei. Wir müssen auch mal hierher zurück und uns den Bonus-Gegenstand holen. Wow, ich liebe dieses... Wow, das erste Mal drei Sterne. Ne, wir hatten vorhin auch schon mal drei Sterne. Ja. Aber ich finde das so cool mit dem... Und wie die dann tanzen so. Und wir haben keinen Bonus-Gegenstand. Ich bin enttäuscht von uns. Ich bin maßlos enttäuscht von uns. Es wird nicht einfacher. Wir müssen uns wirklich zusammenreißen, um die Bonus-Gegenstand. Aber wir können ja eigentlich jetzt schon ein Päuschen machen. Und nächstes Mal wieder weiter hoch. Ja, gleich. Lass uns das Level noch machen und dann machen wir das Päuschen. Das sieht aber so schwer aus. Ach, Unsinn. Schmeiß mich mal hoch. Schmeiß mich hoch. Ah, okay. Ich hab's. Du musst mich da gegen dieses Ding schmeißen. Bitte nicht in den Laser rein, sondern bitte gegen dieses Teil. Sehr schön. Ehe, 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 ehe. Man muss schon ein bisschen aufpassen auf die Welt. So. Ah, toll. Danke. Glauben ihr nicht... Röpka? Wie? Hallo? Belebst du mich? Könntest du jetzt mal bitte mich... Jetzt mach ich's genauso wie du. Mich hast du vorhin angeschrien. Und jetzt schreie ich dich an. Los, hallo. Ja, spiel mal ohne mich weiter. Ey. Das gibt jetzt so Rache. Ab sofort bist du Kanonenfutter. Hallo, was machst du? Den Block... Wir müssen den Block nehmen, du Witzbold. Nein. Äh. Ich schmeiß doch nicht nach oben. So. Mensch, ein Skinner ist noch eins. Kommst du? So. Ah, okay. Nee, das ist nicht gut. Geh mal runter. Geh mal runter. Komm mal her zum... Oh, schade. Das war so verlockend. So. Du hättest da links auf die Plattform am besten gemusst. Also hier so. So. Dann klein rüberspringen und dann... Ich fang dich. Nein, das geht nicht. Ich kann nicht so hoch springen. Du musst jetzt klein rüber, genau. Dann musst du da auf der anderen Seite runter und schwer werden. Weil dann kann ich hier nämlich hoch. Siehst du? Äh. Äh. Und dann... Boah. Ey, du bist so gierig auf die ganzen... Ich muss dich dagegen schmeißen. Ops. Du bist so gierig auf die Punkte. Sind die Punkte dir wichtiger als unsere Beziehung hier? Ja. Wes? Komm mal her, dann kriegst du deine blöden Punkte. Du bist so eine... Ich glaube, ich muss mich hier trennen. Ich glaube, es ist schön, dass du dich groß machst. Nein, ich hab... Du machst das die ganze Zeit. Das hast du eben auch schon gemacht. Sicher? Ja. Ja. Ja, das könnte sein. Ich verdrück mich hier immer. So, und dann musst du rüber springen. Genau. So. Warte. Ich muss dich rüber schmeißen. Äh. So. Jetzt werd mal groß. Und dann musst du mich fangen. Du musst mich fangen. Nicht gegen die Wand klatschen dann. Man merkt, Rübke ist leicht müde. Sie ist leicht müde. Timing. Hallo. Ich hab gedrückt. Oh. Du fackst. Mann. Oh. Also seht ihr, ich kann ne Klippe runterspringen, so nach Motto, komm, spring, ich fang dich. Und ich fall die Klippe runter, weil Rübke mich nicht fangen wird. Komm mal runter, lass mich mal da. Ich fang dich wenigstens. Komm, mach noch einmal. Ja, komm, schmeiß mich da rüber, ich fang dich. Komm, mach noch einmal. Ja. 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 Beim ersten Versuch geschafft. Du bist so ein... Jetzt musst du groß rennen. Genau. Und dann muss ich da wahrscheinlich rüber springen. Jawohl. Sehr schön. Und dann runter. So. Ähm. Du musst mich da hochschmeißen. Kleiner Hickser. Hochschmeißen. Okay. Nochmal. Du musst springen, mich hochschmeißen. Soll ich es machen? Okay. So. Und dann werde ich nämlich groß. Dann kann ich dich runter holen. Nein. Scheiße, scheiße, scheiße. Warte, 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 warte. Du musst da unten. Du musst unten. Kommst du wohl her? Kommst du wohl her? So. Warte. Du musst jetzt... Ähm. Warte. Du musst... Genau. Du musst groß werden. Dann musst du links rein. So. Und jetzt musst du hier unten. Sehr schön. Genau. Und dann musst du mir den Schädel aktivieren. Den Hebel aktivieren. Rüpke aktiviert mein Schädel. Ups. Sekunde. Okay, warte. Ich muss ein bisschen näher dran. Ich war zu weit weg. Jetzt kriegen wir hin. Jetzt kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Kommst du mal vor mich? Danke. Rüpke. Was machst du da? Was willst du? Du musst da oben bleiben. Wozu? Vertrau mir. So. Äh. Ähm. Furk. Ja, aber guck mal. Wir müssen erst mal, dass die Plattform irgendwie... Ja, mach noch mal. Wie kippt denn die Plattform um? Indem du mich dagegen schmeißt. Nee, nicht ganz. Es ist sogar ein Ticken komplizierter. Ähm. Ähm. Oh. Oh nein. Es ist wirklich komplizierter. Warte. Ähm. Siehst du, du hast wieder geworfen und dich transformiert. Ich weiß, weil die Tasten so nah bei mir. Ich krieg das noch hin. Beim nächsten Mal spiele ich mit dem Gamepad, dann geht das. So. Wenn du dir die Tasten auch so komisch legst. Ja, und... So. Ach, Moment. So. Ich muss den Heber aktivieren und muss dann schnell rüber. Nein. Nicht geschafft. Nee, es war zu, zu hoch. Nein. Ach, komm schon. Ja. Jetzt musst du klein werden und rüberkommen. So. Und siehst du, ich muss dich quasi da oben rüber schmeißen. Oh, warte. Oh, warte, 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 warte. Wir müssen gehen wieder links auf die Plattform. Ich glaube, ich muss dich von da links rüber schmeißen. Ich glaube, ich muss dich von hier rüber schmeißen. Oh, das wird jetzt... Nein. Okay. Das schaffen wir nicht. Ich würde sagen, das versuchen wir ein andermal. Kannst du den Hebel umklegen? Weil jetzt ist zu... Also jetzt bist du von der Aufnahmefähigkeit gerade nicht dafür geeignet, das zu machen. Ähm. Halt, warte. Komm mal her. Ah, du musst groß werden dabei. Siehst du das? Ja. So hätten wir das andere auch machen können. Aber dann hätten wir es... Dann hätten wir es ja schräg gemacht. Dann wäre es ja... Warte. Hier, die Kügelchen. Oh, ich kriege mal von Röpka Kügelchen. Äh, du musst mich da hochschmeißen. Schön gegen die Wand geklatscht. Schön gegen die Wand geklatscht. Muss hochspringen und schmeißen. Hahaha. Ich werde immer von Röpka in die Wand geklatscht. Schön. Schön. Danke. Danke. So. Äh. So. Ich. So. Level geschafft. Puh. Wir machen eine Aufnahme, Päuschen. Ich glaube, das waren die Katzen an der Tür. Puh. Das war das Level. Wir haben wieder nicht einen Bonus-Gegenstand gekriegt. Es ist aber auch ein bisschen zu... Ups, ich bin gegen den Tisch gestoßen. Es ist ein bisschen zu spät zum Nachdenken. Ähm. Oh, wir haben doch den Bonus-Gegen. Ach nee, wir haben nur ein paar Sterne nicht gekriegt. Stimmt. Ein paar Punkte haben wir nicht gekriegt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Was soll ich? Röpka ist gemein zu mir, Leute. Ich mag sie nicht mehr. Ähm. Hallo. Ich dachte, wir wollen aufhören. Hilfe. 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 Ich werde festgehalten. Äh. Hilfe. Da, ich zappel. Äh. So. Ich verstecke mich vor ihr. Nein. Weg. Hilfe. So. Ähm. Ich würde sagen, wir verabschieden uns von uns heute. Ähm. Leute, nicht wundern. Wir mögen uns. Wir lieben uns wirklich. Auch wenn wir nicht so klingen manchmal. Äh. Sorry. Ja. Ich bin müde. Und genervt gewesen. Weil, ja. Ja. Ich muss das doch schaffen. Ich muss das doch schaffen, Frupp. Ja. Okay. Robin schaut vielleicht zu. Und wenn wir nicht alles schaffen, dann... Das ist ja enttäuscht. Ach so. Der Entwicklerbo. Ich sag, hä. Wir sind nicht bei... Welche Werbung war das? Philadelphia oder so? Wer ist Paul? Erinnerst du dich noch? Vielleicht bin ich Manuel Neuer. Oh. Also dann. Vielleicht bin ich doch nicht Manuel Neuer. Verabschieden wir uns. Okay. Ich sag tschüss. Cheerio. The King has left the building. Hilfe. Ich werde festgehalten. Au. Heidi Ho meine Freunde und herzlich willkommen zur neuen Aufnahme Session von Shift Happens. Und natürlich bin ich nicht allein. Sondern eine besser gelaunte Röpka ist auch dabei. Besser gelaunt ist das eine. Du warst ja einfach nur saumüde. Ja. Und hast dich ja nicht zusammengerissen. Kein Stück. Ich hab meine Tastatur noch mal ein bisschen angepasst. Wir hatten erst ausprobiert, ob wir mit zwei Kontrollern spielen können. Wir haben nämlich einmal hab ich für den PC so einen Xbox-Controller. Und dann hab ich halt von meiner Playstation 4 die Kontroller rüber geholt. Leider ist das Spiel scheinbar nicht mit den PS4-Controllern kompatibel. Was sehr, sehr, sehr schade ist. Weil dann hätten wir wirklich jeder mit einem Controller spielen können. Ich glaub nämlich, dieses Spiel kann man einfach mit Controller besser spielen. Ich hoffe, dass da vielleicht noch eine Playstation-Controller-Kompatibilität dazukommt. Ansonsten, ich bin jetzt mit Tastatur, hab meine Steuerung noch mal ein bisschen angepasst. Die Maus hat hier im Bild nichts zu suchen. Mache ich mal hier so unten ins Eck. Wo sie keinen Schwein sieht. Wieso bist du jetzt Spieler 1? Ich werd ja keine Rote sein. Raus mit dir. So, jetzt darfst du. Ich war der Blaue, echt? Ja, du warst der Blaue. Ich war der coole Rote. Ich war der Rote. Nein, du warst der Blaue. So. Oh, guck mal, das ist das Labor. Labor, Labor, ganz viele Laborsachen. Wo waren wir zuletzt unterwegs? Wir waren, glaub ich, noch hier im Labor. Genau, hier haben wir nicht geschafft, das Bonus-Ding zu kriegen. Oh, guck mal, wir hätten fast das Labor beim letzten Mal durchgespielt. Hättest du dich mal zusammengerissen. Dann spielen wir das jetzt mal. Bitte laden. Spiel laden. Please hold the line. Ganz genau. Ähm, ich hab auch gemerkt, letztes Mal waren wir irgendwie ein bisschen leise. Das tut mir leid. Das kann natürlich ein bisschen daran... Oh, Moment. Er hat wieder... Ich verstehe nicht, warum der das macht, aber... Wenn man hier bei Steuerung links laufen, links nimmt, läuft der immer rechts. Das ist verdreht. Ich verstehe nicht, warum. Oh, ja, 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 komm. Ich will doch bestätigen, bestätigen. Ich darf nicht bestätigen. Nein, ich muss jetzt das erst ändern. Nehme ich... Nehme ich jetzt mal kurz hier. Man muss das verdrehen. Wie komisch ist das denn? Statt nach links laufen, dass das links ist, ist es rechts. Ja, doch. Aber hoch und runter ist richtig. Ja, aber links halt nicht. Vielleicht haben die auch eine Links-Rechts-Schwäche. Das hast nur du. Ach, Swappen ist die Fähigkeit wechseln. Moment, ich muss nochmal gerade gucken, weil wir gerade waren uns unsicher in der Steuerung. Shift ist wieder... Dann ist Swappen diese Fähigkeit mit dem Wechseln. Okay, dann muss ich das kurz... Ne, 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 ne. Geh mal raus und drück W. Äh, ja. Ah, okay. Was ist dann Swappen? Weil ich kann das auch mit meinem Trigger-Dings-Bump... Äh, ne, mit dem... Bitte lass uns nicht uns töten! Das ist voll unfair! Du hast mich eben auch getötet. Und wer hat mich beim letzten Mal ständig umgebracht? Hm? Wer war das von uns beiden? Wer? Hm? Hm? So, du musst jetzt runterspringen und dabei größer werden. Ups. Uuh! Hat doch mehr oder weniger geklappt. Ja. Ah, warte, ich muss klein werden. Ja, komm mal. So, jetzt muss ich dich wieder hochnehmen. Jetzt habe ich auch eine bessere Steuerung mir eingestellt. Ihr seht, ich komme ein bisschen besser damit jetzt zurecht mit dem Spielen. Beim letzten Mal habe ich wirklich alles komplett nur mit einer Hand gesteuert. Und das war halt eine ganz doofe Idee. Oh, guck mal, da oben ist... Ja, dann komm mal her, dann kann ich dich da auch hinschmeißen. So, ähm, jetzt muss ich nur gerade gucken. Wieso tauschst du uns immer in der Luft? Ich habe uns nicht jetzt in der Luft getauscht. Doch, hast du. Habe ich nur den falschen Knopf für Schmeißen gedrückt, sorry. Nee, das wird nicht. Okay, so kommst du nicht da dran. Jetzt musst du... Das üben wir nochmal. So, ja, nicht, wenn ich dich gerade angucke. Nein. Fast. Was hast du... Du hast es kaputt gemacht. Konzentrier dich doch mal, bitte. Du musst anfangen. Nein, du musst anfangen. Nein, der dicke springt. Du musst hochspringen. Du musst hochspringen und dabei dick werden. Was hast du... Wie hast du es jetzt geschafft, dass wir beide hochfliegen? Ich habe keine Ahnung. Konzentrier dich. Nein. Vielleicht muss ich springen. Vielleicht musst du rüberspringen. Äh. Oder vielleicht muss ich dich rüberschmeißen. Komm nochmal. Ups, jetzt habe ich... Ja, ich habe geswitcht. Ich habe es gemerkt. So, komm. Ich schwitze... Ich schwitze nicht. Ich schwitze nicht, genau. Du musst... Fette muss zuerst springen. Meine Güte. Fang doch einfach an. So. Fang an, springen und werde fett. Danke. Vor allem der Fette muss anfangen. Der Fette muss anfangen. Der Fette muss anfangen.